Ladies and gentlemen, Mesdames et Messieurs, Herr Rhein spaziert in Berlins einzig wahres Nummer 3. Wunderschön, also jeder, der Berlin besucht, würde ich dir sehr empfehlen, hierher zu kommen, weil es hat eine ganz schöne Atmosphäre. Das ist erstaunlich und fantastisch und wird irgendwie ganz ehrfürchtig. Wir freuen uns immer, wenn wir zum Wintergarten kommen, nicht nur für die großen Shows, sondern auch für die großen Food und die großen Vibe. Wir brauchen solche Institutionen, solche Varietés wie dieses ist, für die gesamten Touristen aus aller Welt. Vielen Dank.